Ja, hallo, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen im Kino des DFF zu einer weiteren Begleitveranstaltung im Rahmenprogramm unserer aktuellen Sonderausstellung im Tiefenrausch, Film unter Wasser. Mein Name ist Michael Kinzer, ich bin Kurator der Ausstellung, die sich vor allen Dingen mit dem Spielfilm unter Wasser beschäftigt, mit Motiven, Genres, Standardsituationen von Spielfilmszenen unter der Wasseroberfläche. Heute wollen wir uns aber den Dokumentarfilm etwas genauer anschauen, einen bestimmten, beziehungsweise einen bestimmten Vertreter, wobei die Grenzen da natürlich fließend sind zwischen Spielfilm, zwischen Fiktionalem und Nicht-Fiktionalem und auch bei Cousteau's Die Schweigende Welt kann man das sehr schön sehen, dass es nicht alles eins zu eins einfach nur Wirklichkeit ist, die dokumentiert wird. Begrüßen als Gast darf ich Dr. Eike Christian Heine, Geschichtswissenschaftler, mit offensichtlich Fanbase, der sich schon vielfach mit der Geschichte des Tauchens beschäftigt hat, mit Technikgeschichte, mit auch Cousteau's Tauchpartnern wie Frédéric Dumas und aktuell auch seine Habitulation in die Richtung schreibt und an verschiedenen Universitäten schon gelehrt hat. Meine erste Frage, Cousteau, Meeresbiologe, Forschungstaucher, Marineoffizier, Erfinder, Filmemacher, Autor, also eine echte Ikone und ich persönlich, ich bin Jahrgang 82, als ich angefangen habe Filme zu schauen und Fernsehen zu gucken, war eigentlich der Cousteau-Hype schon so ein bisschen am Abflauen und ich kannte auch die Fernsehserie gar nicht mehr, die, die ja vor allen Dingen Cousteau einem deutschen Millionenpublikum nähergebracht hat, die Geheimnisse des Meeres hieß die, glaube ich, im deutschen Fernsehen. Und trotzdem wusste ich, dieser hagere Mann mit der roten Mütze, das ist der Cousteau, das ist dieser Meeresforscher und ich wusste auch, dass sein Schiff Kalypso heißt, kann man das irgendwie runterbrechen? Was ist sozusagen das Besondere, dass dieser Mann diesen Status so erhalten hat gegenüber anderen Meeresforschern, Meeresbiologen, die ich zum Beispiel nicht kannte als junger Mensch? Ja, wir haben das gerade schon gesagt, ich glaube, da gibt es keine einfache Antwort drauf. Ich glaube, eine ganz zentrale Antwort ist vielleicht in diesem Film. Der Film unterscheidet sich nämlich von den Spielfilmen, die er danach gemacht hat und auch teilweise von seiner Serie. Das hier ist nämlich ein Beispiel, wie es war, als man noch nicht im Umweltzeitalter gelebt hat. Ich hatte das vorhin schon kurz gesagt, da gibt es so ein paar Szenen in diesem Film, da müsste man eigentlich fast eine Triggerwarnung aussprechen, wirklich, wo, sagen wir mal, sehr verschwenderisch mit der Ressource Meer und dem Leben im Meer umgegangen wird. Und das Tolle bei Cousteau ist, dass er aus diesem Verständnis von Natur, den es vor den 1960er, 1970er Jahren gab, also Natur als etwas, was man beherrschen kann, dass man praktisch nach Belieben als Ressource zur Verfügung stehen hat, diese Sicht auf die Natur haben wir heute nicht mehr. Und Cousteau ist jemand, der aus dieser Sicht kam, in dieser Sicht die Filme produziert hat und aber auch diesen Wandeln ins Umweltzeitalter mitgemacht hat. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum der so präsent ist. Und der andere ist genau das, was du gesagt hast, dass der alles war. Der war halt so ein Technik-Innovator, der war in einem Netzwerk, der ist immer zu den richtigen Leuten gefahren, hat sich mit den richtigen Medienmanagern getroffen, mit den richtigen Ingenieuren, ist ans MIT gegangen, hat mit Leuten zusammengearbeitet, die dann eng mit der Rüstungsindustrie, mit der US-Amerikanischen verbunden waren, hat sich immer strategisch die richtigen Partner gesucht. Ja, also das gehört, glaube ich, auch dazu. Dass er jemand war, der die Technik begeistert war, der extrem filmbegeistert war und der irgendwie das geschafft hat, Leute immer mitzunehmen. Der hat das natürlich nie alleine gemacht. Aber dass er das über so viele Jahre geschafft hat, dieses immer so Teams zusammenzustellen, das ist, glaube ich, noch eine ganz wichtige Eigenschaft, die sich von anderen Leuten unterscheidet. So ein Hans Haas beispielsweise, der dann irgendwann so obskur wird und der auch nie, also weil er dann so komischen Theorien entwickelt hat. Und das hat Cousteau nicht gemacht. Er war immer ein richtiger Selbstdarsteller und ein Darsteller seines Technikkönnens und hat die Leute immer mitgezogen. Das macht ihn, glaube ich, auch noch aus dem... Ja, und natürlich diese ikonische rote Mütze. Ja, und er hat ja, wie du sagst, er hat ja auch immer andere Ingenieure an seiner Seite, die ihm quasi geholfen haben. Er hat das ja nicht alleine alles so auf die Beine gestellt. Wir können auch nicht alle seine Errungenschaften hier besprechen, weil es einfach zu viele sind. Aber so die wichtigsten möchte ich doch genannt haben. Und das, was als erstes immer so aufploppt, wenn man überliest, ist die Aqualunge. Dieses besondere Scuba-Tauchgerät, was im Grunde die Vorlage auch bildet für alle modernen Scuba-Geräte noch. Aber es war nicht die erste, es gab ja schon andere. Was war das Besondere an diesem Tauchgerät? Ja, das ist auch wieder eine super gute Frage, die man auch wieder nicht so ganz einfach beantworten kann. Also das sozusagen im Herzstück dieses Scuba-Tauchsystem. Also es gab, also erstmal, wir müssen in den 1940er Jahre gucken. Cousteau ist in so einer ganz coolen, also ich weiß gar nicht, wie weit ich jetzt ausholen soll. Also im Zentrum steht diese, wenn wir heute ans Tauchen denken, an Scuba-Tauchen, ans Geräte-Tauchen, dann ist das das, dann basiert das auf dem Patent, von dem Cousteau die Hälfte gehalten hat. Die andere Hälfte hat Gagnon gehalten und das sozusagen, was das Tolle daran ist, ist, dass man, egal wie hoch der Druck um einen herum ist, in diesem Tank sind so 200 Bar oder mehr drin und man hat dieses Mundstück und wenn man da atmet, dann kommt da die Luft immer genau in dem Umgebungsdruck raus. Das heißt, das ist so ein Ventil, das den Druck, diesen riesenhohen Druck in diesen Tanks runterregelt auf den Umgebungsdruck. Und damit können wir damit atmen, damit explodieren unsere Lungen nicht oder sie kollabieren nicht vor dem gewaltigen Druck der Wassermassen. Und dieses Stück, das funktioniert auch, egal ob man jetzt auf dem Kopf steht, ob man irgendwie seitlich liegt, das funktioniert immer und das ist sozusagen, das haben die als erste perfektioniert. Sie haben aber auch, dadurch Cousteaus Partner war von Air Liquide, also einer riesengroßen Firma, die sowieso schon Sauerstoffverflüssigung in Europa und in Japan betrieben hat, also während des Zweiten Weltkriegs, also dann von den Deutschen besetzt und kontrolliert praktisch, aber unter weiterhin französisches Unternehmen. Das heißt, die hatten auch die industrielle Basis, dieses Patent dann direkt umzusetzen. Und natürlich auch Cousteau als Gesicht mit diesem ungeheuren Erfolg seiner Serien und seiner Filme auch, der natürlich für Marketing dieser Produkte sorgt. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass dieses Stück Technik funktioniert, aber das hätten wahrscheinlich andere Leute ein Jahr später oder so auch noch hingekriegt. Aber dann ist es wieder dieses Zusammenspiel. Er ist seine Frau, der Papa seiner Frau ist ein Vizedirektor von Air Liquide und die fragen den halt und dann vermittelt sein Schwiegervater den Kontakt zu dem Ingenieur und dann haben sie die industrielle Basis, um diese funktionierende Technik direkt zu vermarkten. Und zwar weltweit. Und ich glaube, das ist dann wieder diese Mischung aus dem richtigen Ventil und den richtigen Netzwerken, in denen man diese Technik dann popularisieren kann. Und ja, das ist diese Mischung, glaube ich. Und Stichwort Netzwerk, er hat dann auch schon in den 30er und 40er Jahren, während er in der französischen Kriegsmarine tätig war, seine beiden dann langjährigen Kompagnons, Frédéric Dumas und Philippe Taillet, kennengelernt, die dann als, ich glaube, auch die drei Musketiere des Meeres. Muskemeer. Muskemeer, genau. Und mit denen er vieles dann halt auch gemeinsam erkundet und erforscht hat. Und dann ja auch die Aqualunge direkt auch eingesetzt hat für seine Kurzfilme. Also der erste wurde noch ohne gemacht, 42. Und dann 43 hat er das bereits eingesetzt, um möglichst tief und möglichst lang tauchen zu können und das auf Kamera festzuhalten. Und das hat ihm dann natürlich auch wieder Folgeprojekte eingebracht, Folgeforschungsaufgaben eingebracht. Unter anderem dann im Mittelmeer auch archäologische Aktionen. Also da gibt es dieses eine Schiff vor Tunesien, was er dann auch untersucht hat. Und das war auch was, was zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen ist. Ja, genau. Also ich bin zu Cousteau ja oder wieder auf Cousteau gekommen, weil ich eine nachlassende Unterwasserarchäologin angeguckt habe. Die hat 1958 angefangen, eines der ersten systematischen unterwasserarchäologischen Projekte zu machen. Und Cousteau, die hat sich an Cousteau abgearbeitet. Also Cousteau, obwohl er ja Medienunternehmer war und ein Marino-Offizier und diese Technik-Innovator gemacht hat. Sein zweites Projekt, was er gemacht hat, ist, vor die Küste von Marseille zu gehen und dann mit hochtechnischen Innovationen einen Wracks auszugraben. Also eigentlich nur irgendwie am Foren zu bergen, aber in einem gigantischen Maßstab. Dann aber auch gleich wieder das erste Mal, dass es eine Live-Übertragung im Fernsehen aus der Unterwasserwelt gab. Also ich weiß nicht, ob das stimmt, aber so wurde es verkauft, die erste Live-Übertragung aus der Unterwasserwelt im Fernsehen. Also Cousteau wieder als einer, der die Firsts hat, der die technischen Innovationen hat, der mit den Fernsehleuten, mit den Leuten, die die Kameras bauen, zusammengeht und mit denen allen connectet. Und also genau, wie kommt, kriege ich jetzt die Kurve wieder, aber als er die Aqualunge gemacht hat, der erste Film, den er gedreht hat, der hieß Epavé, also Wracks. Und da hat er die französische Flotte gefilmt. Und also wir sind im Jahr jetzt 1942, Südfrankreich war ja bis dahin noch frei, jedenfalls noch nicht von den Deutschen besetzt. Dann besetzen die, die deutsche Wehrmacht besetzt auch Südfrankreich. In Toulon an der Mittelmeerküste liegt die französische Mittelmeerflotte und die haben ein ganzes Jahr lang trainiert, was passiert, wenn die Deutschen kommen, wir versenken uns selbst. Und genau das haben sie gemacht. Die Deutschen haben irgendwie noch drei Schiffe oder so gekriegt und alle großen Schiffe sind vernichtet worden. Und was Cousteau dann als Job bekommt, ist, diese Wracks zu filmen. Also das heißt, sein erster Film hat auch schon was mit dieser Faszination. Das ist ja auch so eine Ruinenromantik, die dann in diese Unterwasserwelt getragen wird. Das hat ja auch so von Vergänglichkeit und solche Momente sind da mit drin. Und dieser ist es dann sozusagen sein zweiter Film, der dann in den Kinos gezeigt wurde, EPAW. Und dann kommt da relativ schnell darauf, naja, dann kann ich ja auch mal in die Antike gucken. Und dann kannten sie die ganzen Leute da vor der Mittelmeerküste und dann haben sie gesagt, ja, dann graben wir halt mal so ein antikes Wrack aus. Was die, meine Unterwasserarchäologin, auf die ich gestoßen bin, die hat Cousteau in gewisser Weise, ja, war ganz auch begeistert von dem, aber wie der gearbeitet hat, war die absolute Katastrophe. Sozusagen, es war genau so, wie man nicht arbeiten sollte, ihrer Meinung nach als Unterwasserarchäologin, sondern er hat halt einfach Schätze gehoben und nicht unterwasserarchäologisch gearbeitet. Aber er hat dann wieder, das ist dann wieder, er hat, das Thema war da, er hat sich diese Leute, hat sich neue Techniken entwickelt, mit Universitäten zusammen, hat sich die Leute aus dem Fernsehen, aus dem Funk geholt, einen amerikanischen Professor vom MIT noch dazugeholt, der ihm neue Blitze, damit man helleres Licht unter Wasser hat und dann haben sie die Wracks da ausgegraben. Und das ist dann, ja, genau, also Unterwasserarchäologie wieder gut vermarktet und ich glaube auch als ein Motiv der Unterwasserwelt, diese Ruinen, die Wracks, die natürlich was von dieser, die ja auch diese Unterwasserwelt ausmachen, das Faszinosum davon. So Romantik, die er dann auch zeigt in seinen Filmen. Gut, und dann ist er ja aus der Marine raus und dann hat er die Kalypso bekommen, 1950, von dem Bierbrauer Thomas Guinness für einen Franc zur Verfügung gestellt, ein ehemaliges Minensuchboot. Und das war ja auch was Besonderes, dieses Schiff. Das hat jetzt so in der Form, das hat er ja umgebaut und aufgerüstet bis zum Gehennicht. Ja, genau, eigentlich bin ich ja auf die Kalypso gekommen. Also das Erste, ich habe eigentlich vorhin ein bisschen, ich habe ja gesagt, ich bin über die Mann-Unterwasser-Archäologin, eigentlich habe ich The Life Aquatic of Steve Sisu gesehen, also die Tiefseetaucher von Wes Anderson. Und da gibt es diese Szene, Wes Anderson hat ja dieses ganze Schiff irgendwie nachgebaut, als so ein, wie nennt man das, so ein Set, ne? Also, und da habe ich die Kalypso das erste Mal gesehen, weil Wes Anderson, also da habe ich sie dann wieder bewusst gesehen, genau, natürlich nicht die echte, aber sozusagen das, was als Mythos übrig geblieben ist. Genau, und er macht dann halt, ich weiß jetzt gar nicht, wie war deine Frage, ich war jetzt schon so von der Kalypso begeistert. Es gab ja so ein paar Besonderheiten, was das Schiff auch mit sich gebracht hat. Er hat das ja dann umgebaut, er hat einen Schacht und vorne Fenster ein. Ja, ja, genau, vorne haben sie so eine Glaskuppel reingebaut, dass man von unter, dass man praktisch unter Wasser vorne gleich filmen kann. Es gibt einen Tauchausstieg, dass man unten, auch wenn es Wellen gibt, kann man unten halt, und ins Schiff unten reingehen, eine Klappe aufmachen und kann halt einfach ins Wasser einsteigen, ohne dass man irgendwie erst noch durch die großen Wellen, durch die Dünung durch müsste. Also entsprechend das Film, das Schiff umgebaut. Die Kompressionskammer hatte es, ein Autopilot, es war irgendwie mit allem Pipapo ausgestattet. Ja. Und es ist ihm ja auch im Grunde jahrzehntelang treu geblieben, ist er mit rumgefahren, seine Frau, seine Kinder waren mit an Bord, hat er im Grunde gelebt auf diesem Schiff. Ich glaube, das Entscheidende, was seine Biografen sagen, war eigentlich seine Frau tatsächlich. Weil wir sprechen jetzt von Cousteau, und ich glaube, das ist eine, die Simon, war eine ganz wichtige Person, und auch auf diesem Schiff, die hat er wirklich gelebt. Cousteau war irgendwann, als er erfolgreich wurde, Mitte, Mitte, Ende der 50er, ist er halt durch die Welt gejettet. Der ist auch mal, also seine Biografen schreiben, der ist halt immer Concorde geflogen. Und da hat er dann auch seine Affäre, die er dann, nachdem seine Frau gestorben ist, relativ bald geheiratet hat, hat er auch auf einem dieser, seine vielen Jet-Set-Touren, ich weiß nicht, ob er sie wirklich nach Concorde getroffen hat, das will ich jetzt nicht, aber, also bei einem seiner Jet-Set-Runden. Und an diesem Schiff war Simon, und ganz viele seiner, also ich glaube, da muss man die beiden auch als Team denken, weil ganz viele seiner Mitstreiter, das andere waren alles Männer, soweit ich weiß, für die war dieses Simon auch zentral, weil die so immer als, das war diejenige, die dieses Schiff, die für Kontinuität gesorgt hat, und die war für alle ein sehr wichtiger Bezugspunkt. Also dieses Schiff, da gehört auch seine Frau dazu, die da wirklich gelebt hat. Und dieses Schiff war aktiv bis in die 90er Jahre hinein, er hat da noch ein zweites in den 80ern irgendwie bauen lassen, und es ist Mitte der 90er, dann glaube ich bei Singapur, ist es gekentert oder gerammt worden. Ich habe jetzt nicht raus, also nach meiner Recherche, müsste das aktuell irgendwo in Istanbul, in einem Hafenhankar liegen, und immer noch auf die wieder seetüchtig werden warten. Ja, ja, genau. Also ich weiß gar nicht, ich weiß auch nicht, was aktuell ist. Ich weiß es nicht. Es gab wahnsinnig viele Rechtsstreitigkeiten, auf wem gehört jetzt dieses Schiff, wer darf das weiter benutzen? Und das Ganze hat mit dem Tod, also sozusagen, das Ganze hat als, also als Kostos Frau gestorben ist, habe ich ja schon gesagt, hat er relativ schnell wieder geheiratet, und als er dann gestorben ist, gab es halt sozusagen seine eigenen Kinder, also Kostos eigenen Kinder aus der ersten Ehe, die neue Ehefrau, also die neue, die Witwe dann, und da sind unglaubliche Rechtsstreitigkeiten um das Erbe von Kostos, dieser ganzen Kostos Society, die da ringsherum entstanden ist, entstanden, und da ist ganz viel bei, da dann irgendwie kaputt gegangen auch, also, sobald ich, ich weiß jetzt nicht, wer den ganz aktuell entstand, aber ganz viel, ich bin ja Historiker, das heißt, mich interessieren ja auch die Briefe, und die, was so an Archivmaterial da ist, und so, das ist alles auch nicht wirklich zugänglich, sondern das ist halt, unter sehr, ja, ist halt nicht, unter einer dieser Folgen ist auch, und das beklagen dann auch schon in den 2000er Jahren, und auch schon dann die Biografen, ist, dass die Kalypso nicht den, nicht in echt den Stellenwert hat, in Real, den es ja im Mythos hat, genau, ja. Dann wird noch zwei Erfindungen, die immer wieder genannt werden, von Cousteau, das eine ist, diese Untersee-Tasse, dieses, wie so ein UFO aussehende, gelbe Gerät, diese Denise, oder wie es hieß, das 1959 entstanden ist, das war, eins der ersten Forschungs-U-Boote, da konnte man zu zweit, tief mit tauchen, hatte das noch irgendwie andere, Spezifikationen, kannst du noch was sagen? Darf ich ganz kurz fragen, was jetzt die zweite Innovation wäre, von der du sprechen wolltest? Die Conchelf-U-Wasserstation. Ah, genau, weil die zusammenhängt, genau. Hängt die zusammen? Ah ja, das wusste ich nicht. Tatsächlich war, kenne ich die, also das ist ja, du hast mich jetzt ein bisschen auf dem linken Fuß erwischt, auf dem falschen Fuß. Nicht schlimm. Weil die Story, die kenne ich jetzt gar, also wie er genau auf dieses U-Boot, wie das genau zustande gekommen ist. Also auch natürlich wieder mithilfe eines Ingenieurs zusammen wurde dieses Forschungs-U-Boot gebaut. Genau, in dem Fall, also die, also wenn, ja, nee, also diese Geschichte, die kriege ich jetzt, wie weiß ich jetzt, wie dieses... Das ist vielleicht auch keine größere Geschichte dahinter, aber das ist so ein besonderes, was ich noch gelesen habe, dass dieses Forschungs-U-Boot auch eins der ersten dieser Sorte halt war, dass man da mit 350 Meter tief zu zweit tauchen konnte, was ihm dann auch erlaubt hat, in der Antarktis ziemlich tief zu filmen, was in seinem dritten Film, Voyage au Boutement, vorkommt. Das war so das eine und das andere war eben diese Unterwasserstation Anfang der 60er Jahre, diese Conchelf. Was war da das Besondere? Weil das wusste ich zum Beispiel nicht, dass es dieses Wettrennen gab, auch wer bringt als erstes den Menschen auf den Meeresboden parallel zum Wettlauf um den Mond. Also vielleicht nochmal, jetzt tut mir leid, dass ich das nochmal, also was man vielleicht bei Custodno mal sagen muss, der war halt Marineoffizier, bis er seine Kalypso bekommen hat. Und er war in Toulon stationiert und sein Kumpel, einer dieser drei Muskemeers, war Taillet. Und Taillet ist bis, ich glaube bis an deinem Lebensende, Marineoffizier gewesen und hat in der, oh Gott, die französische Armee, die französische Marine hatte eine Untersee-Forschungsgruppe. Und der Taillet hat auch immer bei den Tauchbooten und bei den Tauchbootprojekten mitgearbeitet. Das heißt, die Custodno war also immer eng angeknüpft über den Taillet an das, was die Franzosen an Militärforschung gemacht haben. Die Franzosen haben ja dann auch mit dem Picard zusammen diese ganzen, diese Tieftauchboote entwickelt, die dann richtig 3000 Meter und so runtergingen. Also nur nochmal dazu, dass er da auch wieder sozusagen aus seiner Rolle heraus einer von Marineoffizier war, in so Netzwerken war. Aber ich weiß jetzt nicht, wo dieses U-Boot genau herauskommt. Das andere ist die Idee eines Unterwasserhauses. Also das Ganze ist so, das heißt dann Sättigungstauchen. Das heißt, es gibt die Idee, oder das Ganze funktioniert so, wenn man mit diesem Scuba-System taucht, dann kann man immer relativ, muss man immer Dekompressionsstops einlegen. Das heißt, man kann dann nicht einfach wieder hochtauchen, sondern man muss erst warten, bis sich der Stickstoffgehalt zwischen Blut und Atemluft ausbalanciert wieder. Detail ist nicht so wichtig, aber das Entscheidende ist, man muss halt immer ewig lange warten. Je tiefer man geht, desto lange muss man warten, bis man wieder aussteigen kann. Und man kann dann auch immer nur zwei lange Tauchgänge machen, aus Sicherheitsgründen. Und die Idee war, wir verlegen das einfach unter Wasser. Und was Custum macht, ist dann, in elf Meter Tiefen ein Haus zu bauen, sozusagen. Und das ist so eine richtige Raumstation. Das sieht auch aus wie eine Raumstation und wird auch inszeniert wie eine Raumstation. Und das ist diese Conchelf-Station. Finanziert wird die zu ganz großen Teilen von der, nicht von der Eni, von der französischen, wie heißt das? Also von der französischen Petro... Petroliumbehörde. Genau, also die Petruch, die Erdölindustrie hat das Ganze finanziert, weil natürlich die Idee ist, okay, sozusagen, großes Business unter Wasser ist natürlich heute noch und war auch damals, war Erdölsuche, also Prospektion. Und wenn man da die Taucher besser hinbringen kann, dann ist das natürlich schon mal eine ganz gute Sache. Und das heißt, Custod ist von dieser Seite gesponsert worden, dieses Tauchhaus mitzuentwickeln. Und da ist er dann mit eingestiegen und die haben tatsächlich dann auf, ich glaube, elf Meter Tiefe dieses so ein Unterwasserhaus eingerichtet, Conchelf. Und das Ganze, dann gab es nochmal Conchelf 2, dann sind sie nochmal viel tiefer gegangen, ich glaube, auf 60 Meter Tiefe. Ja, und das war sozusagen, das Wichtige da ist, wie das Ganze verknüpft wurde. Verknüpft wurde nämlich die Eroberung der Tiefe, der Meere, parallel zu dem, was eben, also das ist ja die Zeit, wir sind ebenfalls in der Zeit der Space Age. Also das ist die Apollo, das sind die Apollo-Missionen, das sind die Mercury, das ist erst mal der Sputnik, dann die Mercury-Mission, die Apollo-Mission, das heißt, es gibt eine unglaubliche Begeisterung für das Weltall und auch für diese ganzen großtechnischen Lösungen, die man hat. Der Mensch, die Menschheit, jetzt muss sich neue Kolonisationsräume erschließen, also da, gerade aus dem US-amerikanischen Raum, gibt es dann auch so Ideen, sozusagen, die Frontier im Westen ist zu Ende, unsere neuen Frontiers ist die Tiefsee und die Antarktis und der Outer Space. Und in diesem Kontext agiert Kustodan und in diesem Kontext wird er auch wahrgenommen und das sind auch Parallelen, die die Akteure selber ziehen. Das heißt also, das heißt dann oft auch Inner Space wird das dann oft genannt. Arthur C. Clarke ist so ein berühmter Science-Fiction-Autor, der dann auch mit Kustod bekannt war und der dann auch diese Visionen, sowohl, dass der 2001 und dem Weltraum geschrieben, der war gleichzeitig begeisterter Taucher und hat auch so Visionen des Lebens unter Wasser geschrieben. Genau, und das heißt sozusagen, diese Idee des Lebens unter Wasser ist dann auch so die Idee einer neuen Evolution der Menschheit, die in Kombination mit Technik in extreme Umwelten vorstoßen kann und die aber auch dann zur Heimat der Menschheit werden lassen kann. Und da sind halt natürlich, da sind so Technikvisionen des Kalten Krieges, die lebt Kustod, sozusagen in diesem Kontext agiert Kustodan im Ende der 50er Jahre und in den 1960er Jahren. Und das hat er dann verarbeitet, vor allen Dingen auch in seinem zweiten Langfilm Welt ohne Sonne, Le Mans sans Soleil, den wir auch übrigens noch zeigen werden im Februar. Also wer Lust bekommt, noch auf seinen zweiten größeren Film zu sehen, für den er ebenfalls einen Oscar gewonnen hat, die Chance gibt es noch. Aber irgendwann hat das ja dann aufgehört, auch dieser Hype mit den Forschungsstationen. Man hat dann gemerkt, es ist nicht so einfach, den Menschen dauerhaft unter Wasser leben zu lassen. Aber ich habe jetzt witzigerweise gelesen, dass der Enkel von Kustod, Fabien Kustod, ja immer, also diese Vision jetzt wieder aufleben lässt und eine internationale Unterwasserstation, ähnlich der internationalen Raumstation ISS, unter Wasser in der Karibik hinsetzen will und die Bauarbeiten haben begonnen und 2025 oder so soll das fertig sein. Also ich habe noch nicht so einen Workshop organisiert und da ist ein Kollege dabei gewesen aus Bremerhaven vom Schifffahrtsmuseum und der meint halt diesen Wechsel weg von den Menschen, also wo kam das Geld für die Forschung her? Dann irgendwann in den 70ern, in den 80er Jahren vom Militär und von den Leuten, die halt diese, die Ressourcen, also hauptsächlich die Erdölindustrie, die bezahlen halt für dieses Kram. Und dann gab es irgendwann einen Shift, weil diese ROVs, diese Remotely Operated Vehicles, also Tauchroboter, die waren lange nicht leistungsfähig. Aber irgendwann wurde das so lange entwickelt, dass das dann eigentlich das war, mit dem die Industrie und auch die, dieses Militärs eigentlich gut arbeiten konnten, wenn es wirklich tief ging. Und dann haben die auch, es war ein bisschen dann danach, aber dann haben die eigentlich auch das Interesse an diesen riesig teuren Programmen verloren, weil wenn so ein ROV verloren geht, ist es zwar, kostet es zwar was, aber dann sind nicht gleich irgendwie Leute tot. Also es ist ja schon ein großer Unterschied, was die Arbeitssicherheit angeht. Und sozusagen, wir erleben jetzt eigentlich gerade so ein zweites, also parallel zum zweiten Space Age, was wir gerade mit Elon Musk und Co. erleben, haben wir auch jetzt das Inner Space Age, also das Outer Space und der Inner Space, auch wieder der Milliardäre und der Technikunternehmer. Und wir haben da auch eine Renaissance, die man durchaus, würde ich sagen, auch parallel sehen kann zu dem, was gerade in Bezug auf Weltraumtechnik, auch auf eine Idee von Ökonomisierung des Weltraums stattfindet, gibt es parallele Entwicklungen in der Tiefsee, die dann natürlich wieder auf Menschen setzt, weil, ob das dann funktioniert oder nicht, kann ich überhaupt nicht beurteilen, aber sozusagen, das ist jetzt, da sind wir glaube ich wieder auf so einem auf so einem aufsteigenden Ast, gerade wieder, was so Konjunkturen angeht. Und das ist auch wieder spannend, dass diese, dass die Tiefsee dann auch wieder diese Konjunktur erlebt, parallel zu dem, zu dem Weltall. Auch interessant als Historiker. Gut, dann machen wir jetzt nochmal den Bogen zur schweigenden Welt, den wir jetzt gleich sehen zum Abschluss. Der Film, also er hat erst dieses Buch geschrieben, The Silent World, es ist aber keine Eins-zu-eins-Verfilmung, das hat er auch nicht vorgehabt, er hat gesagt, er will nicht, das sind ja quasi wahre Inhalte, die er jetzt nicht nachstellen möchte, aber es war klar, er wollte jetzt einen längeren Film machen, er hatte bis dato nur Kurzfilme gemacht, er hatte die Kalypso, er hatte die Tauchtechnik, er hatte die Kameratechnik, er hatte also irgendwie alles da, er hatte auch ein Skript geschrieben, jetzt ging es darum, die Finanzierung noch zu bekommen, die hat er auch bekommen von Columbia und dann kam jetzt dieser Film, der über zwei Jahre hinweg entstanden ist, über 15 Stunden Filmmaterial wurden gefilmt, was ist jetzt sozusagen das Besondere an diesem Film, die schweigende Welt gegenüber anderen unter Wasser, Dokumentarfilmen, kann man das irgendwie, oder ist es auch wieder nur ein Vermarktungsding letzten Endes gewesen, weil es zum Beispiel war es ja nicht der erste Farbfilm unter Wasser. Ja, das ist ja genau die gleiche Frage, die ich dich ja vor dem Film gestellt habe, warum eigentlich? Wieso eigentlich dieser Film? aber, ja, also ich, meine Antwort wäre, die ich jetzt versuchen würde, die ist aber jetzt wirklich eine Arbeitshypothese und wir müssen erst mal sehen, Cousteau war halt, Cousteau hatte hatte diese ikonische Mütze, Cousteau hatte halt, war halt, hatte diese Netzwerke hinein in die, ins Militär hinein, in die ganzen technischen Entwicklungen, in die großen Konzerne hinein, ins MIT, halt nach Air Liquide hinein, er war dieser begnadete Entertainer, der schon seit, seit vielen Jahrzehnten, seit, ja, dann, ja, seit über einem Jahrzehnt schon in den Wochenschauen präsent war und unter Wasser, die Unterwasserwelt inszeniert hatte, er war immer für jeden Publicity-Stunt, den hat er mitgemacht und dann war die Technik auch toll einfach, also die Bilder sind großartig, ne, vor allem, wenn man dann weiß, wann waren die Mitte der 50er-Jahre gedreht, das ist imposant und ich glaube, es ist dann sozusagen wieder genau diese Mischung, die Cousteau ausmacht, einerseits als derjenige, der die Technik mitentwickelt, als derjenige, der die richtigen Leute kennt und jemand, der sich richtig zu vermarkten weiß und der aber auch irgendwie ein Team hat oder der die Fähigkeit hat, so ein Team aufzubauen, die auch funktionieren und diese Filme drehen, wenn er gerade irgendwo anders unterwegs ist und ich glaube, das ist meine Antwort darauf, was diesen Film immer noch so einzigartig macht, ist dieses Zusammenfallen dieser verschiedenen Elemente. Ja, ich denke auch, dass es nochmal eine besondere Qualität dieser Farbigkeit der Aufnahmen hat, also wie gesagt, es war nicht der erste Farbfilm, es hatte, Hans Hass hatte schon zwei Jahre zuvor Unternehmen Xarifa gemacht, den wir übrigens auch im Februar hier zeigen werden und es gab The Sea Around Us 1953, ebenfalls einen Dokumentarfilm mit Farbaufnahmen, aber es war da nochmal eine andere Qualität, es wurden nochmal andere Weitwinkel, farbechte Unterwasser Weitwinkelobjektive auch verwendet, wir zeigen heute auch eine Technikolor, Kopie, also die Farben sollten auch wirklich, wirklich gut in der Kopie heute herauskommen, also das war, denke ich, das eine und das... Kann ich ganz kurz zu den Farben was sagen, weil die Geschichte mit den Farben ist nämlich total spannend. Das Entscheidende unter Wasser ist, dass man genug Licht hat und das wusste Cousteau auch sehr bald und seine Lösung dafür ist, dass er mit Harold Doc Edgerton, einem US-amerikanischen Ingenieur zusammenarbeitet, der das Stroboskop entwickelt hat, der entdeckt hat, also der ist der Erfinder des Stroboskops und das heißt, und der ist gleichzeitig jemand, der im Manhattan-Projekt für die US-Amerikaner in so Zeitrafferaufnahmen die Atombomben-Explosionen aufgenommen hat, das ist jemand, der mit extrem kurzen Belichtungszeiten, mit sehr, sehr hohen Belichtungsstärken perfekt arbeiten kann, da ist Cousteau hingefahren, mit dem hat er Kontakt aufgenommen, den hat er immer zu sich eingeladen und in diesem Cousteau zusammen hat er diese besonders hellen Lichtblitze entwickelt, also einfach wieder so ein Beispiel, dass er die Fähigkeit hatte, auf die Leute zuzugehen, die einzubinden und das Ergebnis ist halt extrem tolle Farben. Aber das ist ein guter Punkt, dass du sagst, er hat tatsächlich auch sehr, sehr viele große, riesige Scheinwerfer eingesetzt, die wahrscheinlich noch mal mehr einfach auch rausgeholt haben, die man zum Teil auch sieht in den Bildern selbst und das andere ist natürlich auch so ein Stück weit eben das Inszenierte an diesem Dokumentarfilm, dass es eben, dass es natürlich auch so ein bisschen spielt und so ein bisschen melodramatische Momente hat, ein bisschen heitere Momente, lustige Momente hat, man hat seinen Kommentar aus dem Opf, man hat schöne Musik dazu, es wurde oft auch verglichen mit den Disney-Naturfilmen der damaligen Zeit, wie die Wüste lebt zum Beispiel, es gibt diese Tanzszenen mit Frederic Dumas und diesem Zackenbarsch, die mit Musik unterlegt, es ist natürlich jetzt auf ein Stück weit auch auf ein Massenpublikum hingeschnitten, das hat sicherlich auch zu der Popularität beigetragen und dann natürlich die Goldene Palme in Cannes zum ersten Mal für einen Dokumentarfilm, das hat es da noch nicht gegeben, das wurde dem Film durchaus auch angekreidet, dieser Disney-Smus, sage ich jetzt mal, aber er hat natürlich nichts an dessen Popularität verändert und genau, noch mal ganz kurz, weil du es vorhin gesagt hast, diese Umweltproblematik oder was man da halt zum Teil sieht, was aus heutiger Perspektive befremdlich ist, das ist also durchaus sehr kritisch zu sehen, also es wird da mit den Meerestieren, die auf den Schildkröten reiten, die da rum und dann werden die Haie aufs Schiff geholt und massakriert irgendwie, weil das waren damals ja noch gefährliche Tiere, die man einfach so töten konnte, man hat Dynamitfischerei, sieht man, dass mit Stangen gibt es Explosionen und die Fische starben. Also es ist wirklich, aber man muss halt sagen, das war zu dieser damaligen Zeit, war das quasi kein Vergehen. Nein, überhaupt nicht. Nein, genau. So war es, als man noch nicht im Umweltzeitalter gelebt hat. Also um das zu verstehen, kann man diesen Film sehen und die Selbstverständlichkeit, wie man das einfach kaputt gemacht hat, ist einfach unglaublich. Und Kussu hat sich dann sehr stark für den Umweltschutz eingesetzt, hat eine Gesellschaft zur Erforschung und zum Schutz der Meere gegründet. Also er hat dann selbst auf diesem Gebiet sehr viel geleistet. Das muss man zu seiner Verteidigung sagen. Aber gut, ich würde sagen, dass das reicht. Es sei denn, du hast noch ein Schlusswort, weil dann können wir das, was wir jetzt gesagt haben, quasi in live auch auf der Leinwand sehen. Die schweigende Welt in der synchronisierten westdeutschen Fassung, das soll ich noch sagen für meinen Kollegen, wir haben die west- und die ostdeutsche Fassung verglichen. Wir konnten ihn leider nicht in der Originalversion mit Untertiteln bekommen. Und die westdeutsche synchronisierte Fassung ist deutlich stärker als die andere. Und ich glaube, dass Sie trotzdem tolle Bilder sehen werden. Viel Spaß damit. Und haben Sie noch eine Frage? Ja, Louis Mal, vielleicht ganz kurz als Anekdote. Louis Mal war zu dem Zeitpunkt noch ganz, ganz jung, war noch an der Filmhochschule gewesen. Cousteau brauchte einen Kameramann. Sein eigentlicher Kameramann wollte heiraten oder hat keine Zeit gehabt. Also ist er zur Pariser Filmhochschule und hat, also korrigiere mich, wenn ich irgendwas falsch sage, und hat rumgefragt, gibt es denn hier noch jemanden, der Lust hat? Und Louis Mal war Klassensprecher und hat es als erstes gehört. Und seine Freunde waren auch eher interessiert an Spielfilmen und er hat sich für das Dokumentarisch interessiert und hat ihm Cousteau dann vorgegaukelt, ich kann das alles, obwohl er eigentlich nur mit 8mm irgendwie zuvor gefilmt hat. Hat sich dann auf der Kalypso sehr viel auch selbst beigebracht. Also war mit ihm vier Jahre lang hat er mit ihm zusammengearbeitet. Der eigentliche Filmdreh hat ja nur zwei Jahre gedauert, aber er hat vorab, bevor der Filmdreh zu Die schweigende Welt begann, hat er schon mit Cousteau auf dem Schiff auch gedreht und gearbeitet. Und Cousteau fand, boah, das ist ja ein so intelligenter junger Mann. Aber sie haben sich nicht immer gut verstanden. Es sind da zwei Stile aufeinander gebrochen. Das, was ich eben beschrieben habe, so dieses, so ein bisschen sensationslos, so ein bisschen inszeniert, dass das Publikum irgendwie seinen Spaß hat. Das wollte Cousteau, er wollte sozusagen die Grenzen des Dokumentarfilms Sprengen hin zum Spielfilm und Mal war halt eigentlich ganz radikal inspiriert von Robert Bresson, Cinema direkt, Kamera an und einfach die Wirklichkeit festhalten und hat danach auch gesagt, er möchte keinen weiteren Film mit Cousteau mehr drehen nach dieser Geschichte. Also man findet nicht viel Mal in diesem Film. Es ist eindeutig eher ein Cousteau-Film als ein Louis-Mal-Film. Okay, gut, dann viel Spaß. Vielen Dank für die Einladung nochmal. Dankeschön. Danke schön. Vielen Dank.